Ich bin froh, wenn in jedem Gang endlich mal hier Licht ist, ey. Ja, ich hab drei Nächte gebraucht, um meinen zu nehmen. Wie gesagt, wenn das nicht so machen lässt, dass er runter geht und so weiter, wenn du natürlich nicht sein Disconnect hättest, dann würdest du sehr viel länger damit auskommen. Ja, natürlich, ne, 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 ist auch okay so, weil wenn ich dir sowieso noch mal was vorbeibringen, ist es sowieso egal. Also, ich wollte eigentlich nicht so viel Holz sammeln, ich wollte Narkotibeeren sammeln, Mensch. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ah, so, dann geh ich mal kurz nachgucken. Verhalten, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, verhalten. Weg, weg. Wer hat da? Er braucht nur... oder wird mir Netz, oder? Oh. Ganz ehrlich, das Mammu sammelt gerade mehr Holz als Beeren. Jetzt greift mir noch ein Vogel an. Was denkst du, wer hat den Kürzeln gezogen? Das schmeißen wir da rein, das schmeißen wir auch da rein und das schmeißen wir sowieso auch. Das auch. Oh Gott schon wieder so viel Müll. Oh. 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 Oh Gott, Hilfe, Hilfe, ich friere. Nein, ach egal, jetzt hab ich das Holz rausgeschmissen, egal. Ich geh sowieso wieder rein. ... Du 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 Du, Du 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 Du... Oh�ord aqui. Oh ich hab sie Sven. Schon wieder Holz… So, blöde Scheißdinge, man gibt mir das auf'n Keks. Aber gut, egal. Jojo! Ja, also Narkobeeren, mit denen hier grad zu fahren, ist echt scheiße. Hier sind einfach zu wenig Pflanzen. Ja, mal gucken, wie ich dir mitbringen kann, wie gesagt, ne. Ich hab am meisten gedacht, bei mir war Frost, äh, war vorhin auch schon Frost hier. Ah, hier. Ja. Das ist ja normal. So, dann mal wieder eine Rauswerf-Session. Oh Gott, ey. Ja, für die ganze Zeit alles raus, nur was ich eben nicht wirklich brauche. Alle Bären schmeißen die ganze Zeit schon raus. Ist mir sogar schon passiert, dass ich aus dem, äh, Holz rausgeschmissen habe. Aber egal, ich hab's nicht aufgehoben mehr. Und gedacht, scheißegal. Das sieht man sowieso wie Sand am Meer. Jetzt hat er schon wieder übergewicht, oh Gott. Äh, weg, 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 weg. So, ich glaub, das reicht jetzt mal langsam. Das Gewicht ist nicht jetzt schon wieder am Limit. Ich stell ihn auf Folgen und dann folgt er mir einfach. Ach, das geht schneller. Du, 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 du. Ich war ein Tor angekommen. Ich würde jetzt gleich das Holz einfach wegbringen und dann läuft er auch schon wieder schneller. Oh, ich freu mich schon, wenn der Hafen besser aussieht, Laguna und unsere anderen Sachen da, mit den Mauern. Das ist ja auch. Ja, gut, dass sie sauer ist. Dann haut sie dir jetzt irgendwo mal einer rein. Hehehehe. Du, 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 du. Oh, scheiße, da passt nichts mehr rein. Oh, fuck. Okay. Äh, äh. Da da. Das. 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 Und dann nochmal das da. Dann geht's hier weiter. Reals. 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 Aha. Also ich habe jetzt zwei Kisten voll mit Holz. So. So. Setsch schmeißen wir daneben nochmal rein. Den stellen wir jetzt nicht mehr auf Folgen, sondern auf. Das. So. So. Äh. Äh. Was haben wir nochmal? Aber halt dabei. Brauche ich nicht. Diese Scheiße dabei. So. 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 sind sie. Perfekt. Mal vier Stück dazu. So. Sind sie. Perfekt. Mal vier Stück dazu. So. Sind sie. so circa. Oh. Gott. Ähm. 2000. Äh. Holz. Vielleicht noch mehr. Schätzt. Setsch zwar nur ein paar hundert. Aber gut. Okay. Also hast du jetzt ein Viertel geschafft. Äh. Ein Drittel geschafft etwa. Wenn du beim I ankommst, dann bist du etwa bei der Hälfte. so22 Was mach ich da denn? Äh. So. Das da. Das da. Das da. Und das da. 300, 400, 450 Narkotibären die schmeiß ich jetzt auch nochmal schnell rein und dann gucken das ist ein privater Server und nein, du kannst nicht joinen